und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem blogtrainer youtube kanal wir haben die blogzeit 714.007 und ja damit begrüße ich euch alle recht herzlich heute zu diesen doch wirklich bullischen nachrichten so viel kann man denke ich wohl sagen wir haben aktuell eigentlich zwei riesen nachrichten also heute wird es um zwei größere themen gehen das eine thema ist dass die sparkasse plant ihren kunden bitcoin käufe zu ermöglichen und das andere thema ist das unter umständen bald das nächste land bitcoin zu einem offiziellen zahlungsmittel machen könnte ähnlich wie el salvador aber noch mit ein paar besonderheiten drumherum die durchaus interessant sind ja und ich freue euch alle ich vermisse die altcoin bashing videos naja man muss altcoins ja gar nicht bashen am ende kann man sie auch einfach rational zerlegen also dass man einfach sagt hey warum können die etwas nicht was bitcoin kann darum geht es ja im endeffekt ich mache das ja nicht also wenn ich mal gegen altcoins sprechen mache ich ja nicht weil ich altcoins so hasse oder so sondern einfach nur weil ich klar machen möchte dass bitcoin eigentlich die bessere lösung ist und genau das versuche ich dann ja auch einfach nur so weit zu erklären dass jeder für sich auch versteht und dass es dann auch keine fragezeichen mehr gibt ja weil das ist das große probleme draußen die technologien die sind so neu und für viele noch so unverständlich weil da so viele komponenten mit rein spielen die es eben in bisheriger alti technologie eigentlich nicht gab in dieser form das ist auch für die meisten menschen sie wirklich zu schwierig ist diese komplexen dinge nachzuvollziehen und deswegen versuche ich euch das ja einfach nur zu erklären ja also wir starten mal direkt rein also ich sehe schon super dass hier so viele mit am start sind echt cool vielen dank für diese aufmerksamkeit viele bekannte gesichter wie immer ja das ist das erste thema für heute sparkassen wollen bitcoin anbieten also vielleicht müsst ihr da noch mal kurz ein stück weiter ausholen ihr habt das ja mitbekommen coinbase hatte ja diesen ipo war es jetzt ein ipo im endeffekt war es ja ein direct listing und aber trotzdem ist coinbase halt irgendwo ja mit einem knall da gewesen coinbase eins ein unternehmen was halt schon sehr lange crypto käufe verkäufe und so weiter anbietet hat in den usa einen börsengang gemacht das muss man dazu sagen ich rate von coinbase absolut ab mehrere begründungen nicht zuletzt dass sie damals benutzerdaten okc daten verkauft haben oder deren dienstleister das mit dem wissen von coinbase getan hat viele andere sachen sind dort vorgefallen aber nichtsdestotrotz war coinbase für viele banken einen riesen knall weil die haben sich eigentlich sofort als das passiert ist also als coinbase sich im aktienmarkt hat listen lassen mit ihrer aktie positioniert von der bewertung her also ich weiß nicht wo sie jetzt gerade stehen das auch wieder ein bisschen runter gegangen aber als sie reinkam sofort irgendwie als fünf größte bank positioniert sie sind ja nicht richtig eine bank aber sie machen irgendwie genau das gleiche geschäft und waren halt von der bewertung so hoch wie keine ahnung irgendwo da oben in dieser reihe zwischen jp morgan und den ganzen anderen großen banken der usa und das ist natürlich ein super krasses zeichen an diese ganzen banken nicht zuletzt auch natürlich dass jetzt ganze länder bitcoin akzeptieren ist es immer mehr ein geschäft was die leute auch einfordern ja also dieses narrativ ja das ist ja nur was für kriminelle und damit werden illegale transaktionen gemacht und diese narrative die natürlich gestreut werden von kritikern die vielleicht ebenfalls dieses netzwerk noch nicht so ganz verstehen was ja auch nicht schlimm ist nur man muss halt wissen diese leute sind halt selber noch vielleicht auch anfänger in diesem bereich und haben diese ansichten über bitcoin die sich ja mittlerweile relativ leicht widerlegen lassen wodurch auch natürlich die menschen immer mehr vielleicht erkennen dass bitcoin nicht ganz so schlecht ist wie es häufig dargestellt wird und auch den bedarf daran äußern wahrscheinlich auch deswegen weil bitcoin ja unendlich lange im wert steigt und immer neue all time highs findet und die leute langsam sagen hey irgendwie würde ich das auch gerne machen es ist halt der punkt für banken gibt es jetzt zwei gute gründe das zu tun also zum einen weil man vielleicht angst hat dass jetzt irgend so ein neo broker oder irgendeine neue bank oder halt so ein unternehmen wie coinbase eine plattform kommt und dann einfach das gesamte geschäft klaut weil man vielleicht zunehmend merkt dieser bitcoin space das ist die zukunft und wenn wir da jetzt auf den zug nicht aufspringen dann haben wir vielleicht ein problem und der nächste punkt ist dass mittlerweile unser geld also unsere währung eine ganz neue dynamik entwickeln die durchaus auch für banken gefährlich ist denn das spiel der banken läuft dann etwa so ab wir haben eine zentralbank die sagt eigentlich wie die spielregeln für unser geld sind die wir also dass wir benutzen in unserem fall hier der euro in europa das macht die europäische zentralbank ja die legt diese spielregeln fest und die banken da draußen die müssen halt nach diesen spielregeln spielen und das hat auch bislang aber ganz gut funktioniert aber so langsam bekommen wir eine neue dynamik zum einen weil jetzt dafür dass geld erschaffen wird oder in krediten hinterlegt ist und so weiter die kosten umgelegt werden auf die banken also von der zentralbank auf die banken wodurch die banken wiederum diese kosten an ihre kunden eigentlich weitergeben müssen also wenn ihr jetzt größere summen euro rodelt auf eurem euro konto auf eurem zero konto wo auch immer dann kann das je nach bank passieren dass sie einfach diese kosten an euch weitergeben muss und ihr kontoführungsgebühren oder sogar strafzinsen bezahlt ja und das ist schon ein zustand den natürlich banken auch nicht toll finden also im endeffekt wollen die ja euch nicht noch mehr kosten aufdrücken sondern eigentlich für euch das angebot immer attraktiver gestalten jetzt kann man so ein bisschen sagen ja gut weil für alle diese regeln gleich geltend ist es noch halb so wild aber wie gesagt es gibt viele plattformen wie coinbase die halt gar nicht diese bank darstellen und andere produkte anbieten die eben kein fiat geld sind wo diese negativzinsen eben nicht anfallen so und dann kommen wir zu dem interessanten punkt cbdc denn auch unser geld was heute schon in großen teilen eigentlich digital gehandelt wird wird nicht nur in zukunft digital gehandelt sondern hat auch einen komplett digitalen ursprung in dem sinne dass es ein server gibt oder einen der die server betreibt wo dieses geld darauf funktioniert und das ist die europäische zentralbank und wir die ganzen hütten da draußen wo die ganzen hausbanken sitzen wo ihr zum schalter geht volksbank sparkasse kommerzbank keine ahnung dass die einfach nicht mehr gebraucht werden weil im endeffekt müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen wie netflix oder amazon prime oder sonstwas die in diesen digitalen video markt kommen und ja die hausbanken sind vielleicht die videotheken wo man sich die dvds noch holen kann so und jetzt gibt es einen der das ganze angebot macht der sagt ja gut damit ihr aber nicht sterbt und wir nicht so ein ganz krasses monopol haben dürft ihr weiterhin geöffnet haben und man kann unseren video inhalt auch bei euch in der videothek kaufen auch wenn die leute ist mittlerweile mit internetanschluss internetanschluss alle von zu hause einfach herunterladen können so und im endeffekt passiert das kann mit unserem geld das heißt die zentralbank wird so dieser dienstleister der eigentlich das ganze geld ausgeben kann die infrastruktur technisch alles dafür stellen kann und die banken da draußen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr das heißt die banken brauchen einen use case die brauchen wieder diesen use case so wie früher ja ihr erinnert euch so alte filme chicago zeiten gangster filme wo in der bank wirklich die die geldmengen des gold und diese ganzen abseligkeiten der menschen gelagert waren wo sich noch gelohnt hat den safe zu überfallen ja ganz so krass ist heute nicht mehr wir haben eine digitale zeit aber im endeffekt haben die banken genau diesen use case verloren sie mussten auch wegen der entwertung des geldes immer mehr anfangen irgendwelche produkte an die leute an ihre kunden zu verkaufen weil das verwahren an sich einfach nicht mehr genügend geld abgeworfen hat und so wurden dann immer mehr produkte die am bankschalter verkauft wurden und so weiter in dieses reguläre bankengeschäft mit eingebracht und auf einmal war die bank ein besseres mcdonald's ja und das ist halt die situation wo wir heute sind mit dem problem dass es halt jetzt bald jemanden gibt der dieses eigentliche produkt liefert und dann haben die banken keinen use case mehr schlichtweg ja und der use case der zukunft könnte ja sein wieder diese chicago bank mit stahltresort zu sein wo man jetzt vielleicht nicht tonnenweise gold und sowas reinlegt aber wo sich vielleicht hochsicherheitsrechenzentren hinter befinden oder daten ist also storage datenspeicher oder was auch immer was für die menschen vielleicht zum einen wichtige unternehmensdaten und so im allgemeinen aufbewahrt und aber auch vielleicht bitcoin und andere digitale werte ja das wäre ein super geschäft für die banken der zukunft um ganz ehrlich zu sein mega gutes geschäft aber das problem ist wenn jetzt gerade so unternehmen wie coinbase kommen die ihnen das geschäft stehlen dann ist es halt so man verpasst das eine geschäft und aus dem anderen wächst man raus oder eher gesagt wächst das alte geschäft aus einem raus weil die zentralbank ihr eigenes geld macht und natürlich können sie noch eine zeit lang so eine art arbeitsbeschaffungsmaßnahme den banken da draußen geben das wird dieses ganze geld aber nicht günstiger machen und im endeffekt wofür dann diesen wasserkopf wenn eigentlich keine anwendung mehr für diese hausbanken da ist und deswegen machen gerade diese hausbanken sich natürlich gedanken und zumindest in diesem fall jetzt die sparkasse die nämlich sagt hey wir würden gerne mal ein projekt starten ein pilot projekt also so dass man ausprobiert ob das funktioniert den menschen anzubieten bitcoin zu kaufen ja und viele finanzdienstleister sind diesen weg ja schon gegangen nicht zuletzt haben wir bereits letztes jahr die meldung über paypal gehört das paypal das den menschen anbieten möchte oder in den usa auch bereits tut in paypal direkt bitcoin zu kaufen und bitcoin innerhalb der paypal app auch als zahlungsmittel zu benutzen also so als fremdwährung wenn dann gefragt wird hey womit möchtest du am schalter bezahlen also am schalter virtuellen warum möchtest du jetzt den checkout machen dann kannst du sagen hier fremdwährung mit bitcoin in europa soll das auch kommen ist tatsächlich hier in der eu nicht ganz so einfach da kommen wir auch gleich drauf warum das so ist aber das ist ein interessanter use case ja und warum ist das hier nicht so einfach in europa weil wir hier sowas haben das nennt sich crypto verwahrlizenz oho crypto verwahrlizenz ist ein ziemlich heftiges ding wir haben uns da mal ein bisschen schlau gemacht und haben herausgefunden dass diese zu bekommen gar nicht so einfach ist im moment haben alle deutschen dienstleister die sichere rechenzentren und so weiter betreiben und auch die voraussetzung an sich erfüllen so ein crypto verwahr dienstleister zu sein nur eine vorläufige lizenz also man geht zur bafin sagt hey wir würden die gerne beantragen wir wollen das haben wir wollen dieses business model unseren kunden anbieten regulierten deutschland und dann sagt die bafin ja vielleicht aber jetzt erstmal weil erstmal hier ja sieht das auf den ersten blick okay aus ihr kriegt so eine vorläufige lizenz also ihr dürft das schon mal machen kann aber sein dass wir euch in drei monaten sagen nö dürfte nicht so und ratet mal welches als einziges unternehmen jemals in deutschland eine crypto verwahrlizenz bekommen hat jemand eine idee ich kann es euch sagen coinbase dieses komische us-amerikanische unternehmen was kundendaten verkauft hat und so weiter und so fort dieses unternehmen ist das einzige was jemals in deutschland die crypto verwahrlizenz bekommen hat und hätten sie die nicht bekommen dann hätte das bedeutet dass nämlich die aktie die coinbase aktie in deutschland an den börsen nicht handelbar gewesen wäre so weit habe ich das zumindest verstanden weil damals als das ganze gelauncht ist war die erst handelbar und direkt am selben tag in den deutschen börsen wieder vom handel ausgesetzt worden und ich glaube deswegen haben sie in diesem eilverfahren das bekommen wie auch immer da muss bestimmt kein geld im hintergrund geflossen sein wichtig ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen dass halt ich sag mal deutsche banken die sehr konservativ sind lust haben irgend so einem us-amerikanischen newcomer eigentlich genau dieses kerngeschäft abzugeben was man in irgendeiner form eigentlich vielleicht für sich gewinnen möchte das macht halt überhaupt gar keinen sinn oder also im endeffekt wäre doch für die banken eigentlich nice genau dieses kerngeschäft zu bekommen und jetzt wird es spannend die crypto verwahrlizenz die er braucht so viele regulatorische oder es müssen so viele regulatorische anforderungen erfüllt sein beispielsweise zum einen muss so ein ganzes dieses ganze kyc thema abgedeckt sein es muss das datenschutz thema abgedeckt sein und das ist gerade das ist super umfangreich das ganze anti money laundering thema was auch mit diesem kyc know your customer zusammenspielt also geldwäsche terrorismus bekämpfung muss abgedeckt sein und gerade für ein start-up in deutschland also stellt euch vor ihr macht ein neues unternehmen und so weiter und so fort und überlegt euch ja wir wollen jetzt mal so eine crypto verwahrlizenz haben dann braucht ihr leute die aus diesem sektor kommen die sich damit auskennen die was das ich 15 jahre berufserfahrung in einem unternehmen haben und schon in dieser position waren die datenschutz und anti geldwäsche richtlinien und sowas alles zu erfüllen die braucht ihr dann müsst ihr ein unternehmenssitz haben ihr dürft ja keine briefkasten firma sein so was prüft die bafin dann braucht die support mitarbeiter blablabla dann muss die software entwickelt werden und auf einmal stehen da drei millionen auf dem tisch die müsst ihr erstmal für das allererste jahr dahin blättern nur um diesen ganzen regulatorischen kram zu erfüllen um dann bei der bafin zu sagen hey wir haben das alles kriegen wir jetzt die lizenz oder was so und dann sagt die bafin vielleicht ja und der einzige unterschied also bis auf ein paar details der einzige unterschied von einer crypto verwahrlizenz hin zu einer bank lizenz ist die mindesteinlage also regulatorisch muss fast dasselbe erfüllt sein der einzige unterschied ist für die crypto verwahrlizenz muss man 100.000 dollar hinterlegen euro sorry wir sind in der eurozone fail und für die bank lizenz fünf millionen also man muss eine rücklage von fünf millionen bei der bank lizenz haben und für die crypto verwahrlizenz nur 100.000 aber der einer der der riesen mammut anteil ist hat diesen ganzen kram überhaupt erstmal zu erfüllen und wisst ihr wer diesen kram theoretisch aber sofort eigentlich erfüllt und nur noch die technische lösung braucht ich gebe euch einen kleinen hinweis die banken naja genau die ich meine die haben ja die bank lizenz die eigentlich alles das beinhaltet was für die crypto verwahrlizenz brauchst ja und genau das ist halt das ist halt das was wir hier jetzt gerade sehen und wo die sparkasse sagt hey wir möchten das ausprobieren wir möchten das als pilotprojekt starten und es gibt ja diesen it dienstleister as payment die machen die auch sonst so die ganzen sparkassen point of sale geräte glaube ich sind von denen und so also sie machen halt diese sparkassen it infrastruktur und mit denen arbeiten sie da gerade eine lösung tatsächlich und sie wollen die erste version dieser sparkassen wallet bereits im laufe des nächsten jahres zur verfügung stellen und das ist meiner meinung nach für also ich meine leute wir sprechen hier von der sparkasse okay also wir sprechen ja hier nicht von keine ahnung dem neuen fintech unternehmen was voll ps auf die straße bringt und jetzt die neue innovation vorantreibt und sich mal am bitcoin traut während die faz noch sagt das ist voll das böse teufels zeug nein wir sprechen hier von der sparkasse also ich sag mal es gibt ja so zwei große banken in deutschland das ist die sparkassen die volksbank die halt ich sag mal bis ins mark konservativ sind und das diese das sind ich meine das sind diese läden wo man früher mit dem sparbuch hin ist und wo was reingetackert wurde und man hat da jetzt zwei mark taschengeld drauf diese bank geht jetzt hin und möchte den kunden genau das ermöglichen ich meine das ist schon progressiv das ist schon ein schritt nach vorne und das begrüße ich um ehrlich zu sein ja mit sicherheit gibt es produkte die am ende besser sind keine frage aber wenn so eine sparkasse sowas macht dann bedeutet das doch im endeffekt dass super viele leute die sehr konservativ sind sagen wo irgendwie die sparkasse macht das vielleicht ist bitcoin ja gar nicht so schlimm vielleicht probiere ich das mal aus weil tatsächlich sollt ihr dann direkt aus dem giro konto heraus bitcoin kaufen können ja und so kann die sparkasse schon so eine art gütesiegel sein wo man sagt ja für ich sag mal sehr also die vielleicht leute älteren alters aber auch andere leute die vielleicht dies vertrauen der hausbank brauchen ist das eigentlich ein mega großer schritt muss ich ehrlich sagen das ist ein großer schritt ich meine ob man später seine bitcoin dort auszahlen kann und so weiter wissen wir jetzt an dieser stelle nicht ich hoffe es natürlich weil alles andere ist so ein bisschen am thema vorbei also aber selbst dann wird der markt früher oder später ist von ihnen einfordern diese funktion zu ermöglichen auch seine bitcoin auszahlen ich meine ihr könnt ja auch euer digitales geld in bar auszahlen ja so wo ist der grund dagegen also das müssten sie begründen können und jetzt ist aber spannend ihr hört schon pilot projekt und so ein pilot projekt wird natürlich nicht überall ausgestrahlt direkt vielleicht ja wenn es gut ankommt ja und jetzt seid ihr gefragt ich werde euch nachher auch noch mal darauf hinweisen aber jetzt seid ihr gefragt denn im endeffekt können also jede sparkasse ist so für sich so eine eigene so ein eigenes kleines unternehmen ja es gibt zwar diesen großen sparkassen verband und so aber jede sparkasse an sich ist wie so ein eigenes kleines unternehmen und jeder kann mitmachen wenn das interesse der kunden besteht also ihr müsst jetzt alle also jetzt ist gerade ein bisschen spät aber ansonsten die nächsten tage alle in eure sparkasse rennen bitte alle 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 und nach diesem projekt fragen und ob sie mitmachen und dass ihr interesse daran habt ob ihr dann da kauft oder nicht ist egal aber ich finde einfach da sollten wir als community das jetzt also da können wir wirklich aktiv was vorantreiben wenn wir jetzt einfach da hingehen und sagt und und fragen und sagen bitte macht das ja wir fänden das super spannend wenn ihr bei diesem pilot projekt mit macht und je größer das interesse ist desto mehr geld wird dafür zur verfügung gestellt desto mehr machen mit desto schneller geht die adoption das so besser für uns alle am ende und natürlich auch für bitcoin aber ihr wisst ja wie es läuft wir brauchen bitcoin bitcoin brauchen uns nicht aber deswegen im endeffekt ist eine positive entwicklung und super spannend dass die sparkasse genau das vorhat und von daher einfach meine filial rennen und direkt sagen hey ich habe großes interesse dass ihr das macht und eins mit ihr vorweg sagen die dame oder der herr am schalter die wissen in dem moment vielleicht nicht direkt bescheid wovon ihr redet und die werden euch wahrscheinlich angucken als habt ihr vor diese bank zu überfallen bitte ganz normal sachlich das erklären hey ich habe da voll interesse an dem neuen pilot projekt wovon jetzt alle reden super spannend ja einfach mal machen ja genau leute ich mache das mein erster sparkassen besuch ja seht ihr aber im endeffekt ist es gut ja die sparkasse muss genau das merken dass leute dahin gehen und sagen ja wir wollen das ja und alle bitte beim gang zu in ihrer sparkasse als video beim blog trainer vorzeigen ja sehr gut ja sehr sehr gut super also das erst mal als dieses thema wie gesagt zum zum ende des streams werde ich noch mal erwähnen und ja ich glaube das könnte groß werden ja immerhin hat die sparkasse gut wie viele davon aktiv sind aber 50 millionen kunden laut eigene aussage und es sind halt immerhin 400 400 sparkassen institute sozusagen die es deutschlandweit gibt kommen wir zum nächsten thema nach el salvador könnte nun das nächste land folgen bitcoin zu einem offiziellen zahlungsmittel zu machen und wir haben ja schon so ein paar insides bekommen ich habe mit jemandem gesprochen der tatsächlich aus el salvador was war seine offizielle position dort ist irgendwo in diesem senat oder sowas also er ist sehr hoch von der position und ich habe mit dem gesprochen und der hat gesagt er hat gerüchte gehört also so auf politikebene also nicht so ja ich war einer kneipe und irgendwer hat gehört dass seine cousine von ihrem besten freund gehört hat dass der gehört hat dass da was passiert sondern nee das war schon ne und die haben gesagt also der hat mir gesagt fünf länder arbeiten daran oder ziehen es gerade in erwägung bitcoin als zahlungsmittel im nächsten jahr noch zu akzeptieren akzeptieren also das wäre super super krass eins davon könnte nämlich jetzt paraguay sein jetzt haben nämlich zwei brasilianische tageszeitungen einmal the real times und das fachmagazin the cryptonomist haben darüber berichtet dass paraguay kurz davor steht el salvadors weg zu folgen und wir gucken uns jetzt gleich mal an warum das vielleicht so ist welche gründe es dafür geben könnte die sind nämlich durchaus spannend in paraguay also nicht nur wegen diesem fakt das als zahlungsmittel zu benutzen sondern auch zwei schritte weiter und warum das vielleicht schon sehr optimistisch ist wie diese beiden zeitschriften das zeigen und trotzdem gut sein kann dass das in diese richtung geht ja reisen aber dann auch die deutschen investoren im brach tom raue ach tom er mit sicherheit ich hoffe dass sie nicht so instrumentalisiert werden ja sehr gut tom ja danke für den lacher sehr gut also erstmal gibt es eine abstimmung über ein neues gesetz also gibt es eine gesetzesvorlage und genau dieser gesetzesvorlage werden jetzt verschiedene sachen vorgeschlagen und im endeffekt möchte man eine gewisse rechtssicherheit allgemein für dieses ganze thema bitcoin und co schaffen und ein punkt der ist gerade in paraguay super interessant paraguay ist eins der länder ich glaube sogar das land wir schauen uns das mal hier an was zu 100 prozent 100 prozent strom aus erneuerbaren energiequellen bekommt also das weltweite pro kopf erzeugnis an erneuerbare energien ist in paraguay das höchste überhaupt das ist der wahnsinn und zusätzlich hat paraguay mit den günstigsten strom weltweit was natürlich klar ist weil ich das ja schon ein paar mal beschrieben habe gerade erneuerbare energien sind langfristig gesehen einfach die günstigsten überhaupt und zusätzlich lohnen die sich natürlich noch viel viel mehr wenn der überproduzierte strom verwendung findet tatsächlich verkauft paraguay viel überproduzierten strom auch ins ausland hat aber allgemein das problem dass weite strecken dort teilweise vom stromnetz zurückgelegt werden müssen und gerade für für das bitcoin mining ist das perfekt also der erneuerbare die erneuerbaren energien die dort erstellt werden und überproduziert werden kann man im bitcoin mining stecken und damit diesen ganzen prozess noch mal rentabler machen also das lohnt sich mal richtig krass ja und im endeffekt möchte paraguay nämlich für mining unternehmen die möglichkeit schaffen einfach rechtssicherheit zu haben sie wollen die miner im eigenen land haben weil das natürlich arbeitsplätze bedeutet und am ende geld was in das land reinkommt unternehmen die sich dort niederlassen mittlerweile gibt sogar in chinesische investoren die nämlich vorhaben dort in mining farben zu investieren und bereits interesse bekundet haben zum beispiel hier der entschuldigung wenn ich den namen falsch ausspreche shan shun huang der ceo von future fintech der hat gesagt hey die planen gerade ja mit diesen entwicklungsmöglichkeiten paraguay sich das anzuschauen und unter umständen dort in so eine farm zu investieren ja oder in mehrere mining farben zu investieren und genau sowas zu machen ja und genau in diesem zuge bei dieser gesetzes abstimmung geht es auch darum bitcoin tatsächlich zu einem offiziellen zahlungsmittel zu machen jetzt muss man dazu sagen dass der gesetzes vorschlag von dieser minderheiten partei hagamos stammt wir haben darüber schon mal vor einer weile berichtet also dieser paraguay beitrag den jetzt hier seht baut eigentlich auf den beitrag auf dem vor ein paar monaten schon mal gebracht haben wo wir schon gesagt haben dass es ein sehr interessanter standort durchaus ist und ich kenne auch jemanden der gerade vor ort ist und tatsächlich dort auch schon in einem größeren stil ja eine eigene mining stadt kann man das nennen oder hoheitsgebiet oder so gründet mit eigener zoll mit eigenem zoll und so weiter super krass und im endeffekt sehen wir gerade das in lateinamerika diese ganze akzeptanz für bitcoin immer offener wird also die sehen ja auch was in el salvador passiert und während bis vor kurzem in el salvador noch jede meldung also ich meine wenn man überhaupt von diesem land gehört hat ich meine ich kannte vorher gar nicht el salvador also irgendwann mal gehört aber ich meine außer von irgendwelchen krassen dokus mit irgendwelchen straßengangs die sich erstmal viereinhalb stunden auf die mütze hauen als aufnahmeritual und ansonsten mordraten und sonstigen negativen kram hat man nie was gehört aus diesen ländern und auf einmal spricht die ganze welt über ja da werden krankenhäuser gebaut und schulen und tierkliniken und bitcoin und bitcoin als zahlungsmittel und die deutschen investoren die da sind nein aber tatsächlich auf einmal ist die ganze berichterstattung rund um el salvador sehr sehr positiv und gar nicht mehr so negativ und lockt vielleicht auch interessante leute an und vielleicht auch investoren an und gerade da ist paraguay ein sehr guter standort weil wie gesagt diese ganzen gegebenheiten gerade was den strom und so weiter angeht passen da schon perfekt also dort jetzt diesen schritt zu machen den el salvador bereits gegangen ist hat auf jeder ebene mega positiven effekt also sehe ich das durchaus als realistisch an warum hier die beiden zeitungen schon sehr optimistisch sehen dass das kommen könnte aber möchte natürlich noch mal mahnen nicht den abend vor dem tag zu loben den tag vor dem abend zu loben so umschuldigung durchaus aber trotzdem super interessanter vorfall und meiner meinung nach nur der nächste schritt in diese richtung und ich bin eigentlich froh dass gerade also wie oft schimpfe ich halt darüber dass wir hier in deutschland jeden trend verschlafen und eigentlich bin ich gerade froh dass ein doch so konservatives unternehmen wie die sparkasse so ein bisschen auf diesen zug aufspringt ja also ich glaube bitcoin in die breite masse zu bringen ist immer gut ja und ja super super tolle entwicklung und ich hoffe ich hoffe wirklich dass in paraguay diese entscheidung sehr pro bitcoin ausfällt also definitiv eins ist klar die wollen dort jetzt diese gesetze auf den weg bringen die versprechen sich viel davon und bitcoin als zahlungsmittel zu implementieren also ihr müsst auch überlegen klar el salvador mit der schivo app das nicht alles optimal aber das hat ja jetzt zwei monate nach gesetzes verabschiedung also nachdem man gesagt hat jetzt das gesetz da zwei monate später war das block trainer team vor ort und also klar da muss noch ein bisschen was gemacht werden um bildung und so weiter aber ganz ehrlich das funktioniert überraschend gut für zwei monate das ist ein ganzes land was bitcoin als zahlungsmittel adoptiert hat ja es ist schon ist schon krass ja klar mit staatsschwierigkeiten und so aber so schlecht hat das nicht gemacht und da kann man sich schon beispiel dann dran nehmen in anderen ländern es gibt noch ein trauriges thema ich möchte das heute auch gar nicht so weit ausdehnen weil dieses thema dem werde ich definitiv noch ein eigenes video widmen weil das unfassbar wichtig ist und weil mich die meldung also die hat mich gestern so getroffen dass ich vor debbie stand und mir und mir tatsächlich die tränen gekommen sind weil dieser mann dieser mann seit einiger zeit wirklich maturium durchlebt julian assange der gründer von wikileaks einer plattform bei der zum beispiel so aus wie kriegsverbrechen und andere dinge die von den geheimdiensten unter verschluss gehalten werden veröffentlicht werden können also wo whistleblower wie edward snowden hingehen können und die plattform wikileaks veröffentlicht dann diese dinge und passt auch auf dass die öffentlich bleiben und so weiter und hat die passende medien wirksamkeit und der julian assange ist über mehrere ganz bescheuerte fadenscheinige anklagen immer mehr zum staatsfeind nummer eins der usa geworden musste aus den usa fliehen hat in lange zeit also hat in verschiedenen botschaften oder oder ist dann von land zu land hat dort nach asyl gesucht war dann ja tatsächlich in der äquadorianischen botschaft in london dann gab es den neuen den neuen präsidenten den präsidentenwechsel der hat dann 2019 ihm die ja das asylrecht und die staatsbürgerschaft entzogen ja präsident moreno war das und johann assange ist jetzt ich glaube seit 2000 ja seit 2012 2010 schon oder so lebt er da quasi in gefangenschaft also kann die botschaft nicht verlassen und so weiter war dann jetzt ja vor vor kurzem in einer 50 wöchigen haftstrafe noch mal im hochsicherheitsgefängnis in belmarche und ja die ganze situation ist mega schlimm denn er sollte nicht ausgeliefert worden werden und jetzt hat london aber dieses urteil gekippt der gerichtshof hat gesagt nee machen wir jetzt doch der wird jetzt wahrscheinlich ausgeliefert in die usa auf ihn warten 175 jahre haftstrafe beziehungsweise möglicherweise sogar die todesstrafe für das veröffentlichen dieser geheimen informationen über militärische aktivitäten also dabei ging es darum dass zivilisten bei diesen ganzen afghanistan einsetzen umgebracht wurden das videomaterial wurde bei wikileaks veröffentlicht und so weiter und ja mittlerweile sieht er auch nicht mehr gesund aus also die bilder so wie hier so sieht er nicht mehr aus und ist er auch nicht er hat jetzt im oktober durch den stress im gefängnis leider einen schlaganfall erlitten der nächste droht ihm auch und ich muss halt ehrlich sagen ähm julian asson hat für uns mega viel getan er ist cypherpunk er war damals bei den mailing listen dabei einer der frühesten bitcoin adopter neben der silk road hat hat wikileaks als erste also fast zeitgleich als plattform bitcoin als spenden akzeptiert und ähm ja im endeffekt müssen wir welle machen irgendwie ja wir können das nicht einfach geschehen lassen was da gerade passiert das ist die die perverseste ungerechtigkeit die man sich vorstellen kann da ist ein rechtsstaat der sich rechtswidrig verhält und die menschen die darüber aufklären werden wie viel gehalten wie viel gejagt und wie viel bis zum ende ihres lebens eingesperrt oder zum tode verurteilt das hat weder was mit recht oder sonstigen dingen zu tun das ist nicht menschlich das ist gar nichts und das ist eine unterdrückung unserer meinungsfreiheit unserer redefreiheit unserer rechte von einfach allem das was hier passiert ist gerade so absurd und und bescheuert es ist einfach unglaublich und ein edward snowden der über jahre jetzt einen ähnlichen ähnlichen schwierigen fall hatte und zum glück sich niederlassen konnte der hat glück gehabt aber das was hier passiert ist nicht mehr in ordnung und deswegen macht auf twitter teilt das schreibt hashtag free assange teilt es in familiengruppen es muss einfach jeder bescheid wissen ich finde einfach das was da gerade passiert darf nicht passieren und annalena baerbock und ihr wisst das politik ist das ganze thema scheiß egal ja aber annalena baerbock hat als sie für ihr für ihr ihr amt oder auf diesem weg in dieser ganzen bundeskanzlerwahl und auch davor bundestagswahl hat sie dafür gekämpft dass diese person frei kommt und sie ist jetzt unsere außenministerin oder auf dem weg dahin und hätte jetzt die chance dort was zu machen und ich finde einfach das ist ihre pflicht es ist ihre pflicht ihr versprechen einzuhalten und ihre ihren neu gewonnenen posten ihre macht für genau diese sache zu benutzen und das heißt ihr twittert am besten free assange und markiert dabei annalena baerbock damit wenigstens da irgendwer politisch ein bisschen druck drauf ausüben kann ich sehe keine möglichkeit mehr wie man das was dort gerade passiert diese ungerechtigkeit sonst verhindern kann ja und wie gesagt ich werde dazu nochmal ein extra video machen ein bisschen weniger emotional weil das thema ist unfassbar traurig meiner meinung nach wenn man das alles so ein bisschen mitverfolgt hat und und sich einfach mal anschaut wie er mittlerweile aussieht ganz ehrlich das der sitzt da in der zelle keine ahnung also es geht einfach nicht mehr ja das ist einfach so so unter aller sau und der ist da seit so vielen jahren zieht euch das mal rein ja das ist die zeit die ja hier im gefängnis war wie das diesen menschen verändert hat und eigentlich sein ganzes leben ruiniert hat sein familienleben einfach alles und ja das eigentlich nur weil er über die über die menschenrechtsverletzenden aktivitäten des us-militärs aufgeklärt und anderen dingen die passiert sind ja so das wollte ich dazu einfach gesagt haben also was ich denke wer sich dafür einsetzt oder nicht ist egal ja aber wir müssen versuchen diese leute dazu bekommen und wenn sie dann nichts tun und wir diesen druck auf diese personen ausüben dass sie sich darum bemühen da was zu machen und die es nicht tun dann haben wir einfach nur ein grund mehr vielleicht ja wütend auf die politik zu sein wenn wir da überhaupt noch mehr gründe brauchen ja genau gut okay dann würde ich sagen wir kommen erstmal auf die spenden erstmal kirito taylor danke wieder mal für deine spende satoshi sammler danke auch für deine spende mit einem hallo dabei vielen vielen dank taolek berlin danke für deine spende vielen vielen dank lieber taolek sarah sarah makio und phil du meinst den fabio ne makio ist auch geil sarah makio und phil ich grüße euch drei schön dass ihr wieder mit am start seid vielen dank für die unterstützung ja mein link für den raspberry ist down dann ja so hat sari mache ich nach dem stream direkt pass ich an unter den videos meinst du ne genau ray skala danke für deine 2 euro 10 spende tik tok wieder ein blog grüß an moris höfken ja grüße gehen raus an moris höfken wir wollen ein freies geld für eine freie welt wir wollen kein mmt und ein ein staat der pausenlos das gesparte geld der menschen entwerten kann ja das wollen wir auf gar keinen fall joni danke für 21 euro danke für diese riesen spende lieber joni oder die joni jo johanna joanna jonas johannes hallo roman vielen dank für den content und die inspiration im rahmen meines management masters will ich einige wissenschaftliche arbeiten zu den bitcoin themen schreiben kann ich dich diesbezüglich auf insta kontaktieren also ich muss ehrlich sagen dies jahr bin ich echt am limit das war ein sehr anstrengendes jahr und so langsam möchte ich den ja das jahresende so ich habe noch diese woche viele termine nächste woche wird es ein bisschen besser und dann versuche ich so langsam ein bisschen dieses jahr zur ruhe zu kommen aber mensch mit massa wissenschaftliche arbeiten mit kein themen also du kannst schon mal also was du machen kannst ich werde vielleicht keine zeit haben weil ich kann nicht jedem der bei seiner ja bei seiner arbeit dort in diesen formen unterstützung braucht diese unterstützung geben das kriege ich halt zeitlich nicht hin ich kann mich nicht so viel teilen aber du kannst deine fragen dort trotzdem schon mal niederschreiben und ich werde ich werde schauen ob ich dir die dort zumindest in einem schnellen wege beantworten kann ja also das kann ich versuchen ich kann aber nichts versprechen ich werde es aber versuchen das kannst du gerne natürlich tun ja und ganz ungeachtet dessen wünsche ich dir natürlich super viel Erfolg bei deiner management masterarbeit Bitcoin danke auch für deine spende hey Roman habe noch nie gespendet aber wollte mein dank für deine arbeit sagen was sagst du zu der these dass Bitcoin wie ein easter egg im leben ist Bitcoin wie ein easter egg im leben ist also ich kenne die these jetzt nicht ein easter egg ist ja meistens ein verstecktes goodie oder so in einem spiel oder ja irgendwas cooles was man dann plötzlich entdeckt im endeffekt ist Bitcoin etwas was wir was wir mit eigentlich Glück bekommen haben weil dieses netzwerk auch hätte scheitern können und viele andere blöde dinge hätten passieren können also das schlimmste hat Bitcoin überstanden meiner meinung nach ich sehe nicht mehr viel was Bitcoin noch stoppen kann ich glaube dass Bitcoin im Endeffekt für uns Menschen also mehr als ein easter egg ist ich glaube wirklich Bitcoin kann kann eine neue Grundlage für eine super faire Welt werden ja also das Potenzial ist so gewaltig ich würde es größer als ein easter egg einschätzen größer als ein easter egg einschätzen genau Bibi Bibi Bitcoiner oder Bibi Bitcoiner Bibi Bitcoiner sorry Bibi Bitcoiner ist auch gut ich habe da wohl 21 geschaut ne ich habe tatsächlich kein 21 geschaut also ich muss halt leider sagen dass ich eigentlich gar keine Zeit finde irgendwelche Videos oder so also ich schaue viele fragen das manchmal auch ja Roman woher hast du woher nimmst du deine Informationen oder so und ich mache das ganz klassisch ich lerne die Sachen einfach selber ich habe zum Beispiel ich habe noch nie von Michael Saylor eine volle Rede oder sowas gehört ich habe immer nur so Mini Ausschnitte gesehen die irgendwo geteilt werden oder so Twitter eine Minute Sachen ich hatte von Michael Saylor noch nie ein gesamtes Interview gehört das erste Mal war letztens auf dieser Blockchance Konferenz wo er zugeschaltet wurde ähm und der Punkt ist einfach ja will ich mir das Wissen nicht über andere reinholen und zum anderen will ich nicht den gleichen Kram reden was natürlich zwangsläufig unter Umständen passiert wenn man halt recherchiert und auf dieselben Schlussfolgerungen kommt aber ähm ja deswegen nicht wundern das meine ich auch nicht böse aber ich schaue so ziemlich nix niemand anderen im Kryptospace oder so ja also wenn dann arbeite ich mich komplett selber an diese ganzen Dinge ein ähm ist halt so ja ähm genau die Arte Doku die habe ich geschaut weil das auch unterhaltsam war und spannend gemacht war also cool auf bearbeitet und so weiter genau ähm ein Stormfighter vielen vielen Dank für deine Spende lieber ein Stormfighter vielen Dank oder Fitter ist das ja eher also für Fighter wird ja noch ein GH fehlen Tappentin danke für deine Spende lieber Roman hast du schon eine Meinung zum Imper Impervious Browser Lightning gestütztes System für alles im Web sieht fast zu hyper aus Ronin äh erstmal moin lieber Ronin äh ne davon habe ich tatsächlich noch gar nichts gesehen ähm ist das das hier? Fingertipp äh ne das ist eine App ne das ist was anderes hier das könnte sein ne? das sieht doch so aus Pervious AI aha Peer to Peer Internet auf äh Lightning basierendes Internet wenn ich das richtig sehe die Lightning Knotenpunkte werden zu Internet Knotenpunkten boah boah uh also so ein bisschen wenn ich das so verstehe so ein bisschen wie das Tor-Netzwerk auf dem Internet äh ich guck mir das an das sieht ultra spannend aus das sieht ultra spannend aus ich schau mir das an ähm das könnte das könnte krass werden also ganz ungeachtet ob dieser Browser also wenn da jetzt sich ein Protokoll oder so bei ergibt können das ja auch alle anderen implementieren äh aber das sieht auf jeden Fall krass aus schau ich mir an hab ich tatsächlich noch gar nichts von gesehen ähm werd ich mir anschauen auf jeden Fall ja äh direkt äh das Blocktrainer Team Sekunde ich musste eben einmal anrufen warte hier dürft ihr die Nummer nicht sehen das Blocktrainer Team bitte äh einmal schon mal erste Recherche zum Impervious Browser machen und was die da so arbeiten super vielen Dank tschüss zusammen so da bin ich wieder ähm halt deinen Maul du Maximalist ja ähm danke ABC Dev für deine äh doch sehr qualitativ hochwertige ähm Aussage ähm Manuel Schwarzfischer warum fällt der Bitcoin heute Panik Nachkauf Manuel Schwarzfischer also ganz ehrlich im Endeffekt äh es gibt immer verschiedenste Gründe äh es kann eine negative Meldung sein es kann sein dass äh ja einfach gerade so eine ja also direkt wenn so ein so ein extremer Short Abverkauf passiert oder so also wenn die Quatsch wenn die Shorts halt ähm Quatsch wenn die Longs äh zu schnell liquidiert werden und dann Panik mäßig der Markt sich dreht oder so also können ganz viele Dinge gerade passieren ähm also im Endeffekt äh die Gründe nachher das herauszufinden ist immer relativ easy da kann man ja einfach nur schauen im Markt ja so ist es passiert aber im Endeffekt der Bitcoin Preis in Dollar oder Euro ist gar nicht so wirklich relevant ähm gar nicht so wirklich relevant denkst du ähm Bitcoin könnte Ethereum ablösen bezüglich dem NFT Markt äh die Frage ist eher die Frage ist eher brauchen wir langfristig einen NFT Markt was ist das überhaupt also sich ein Hash zu erstellen der einen gewissen Beweis aus der Realwelt beinhaltet wie auch immer dieser Beweis aussieht und den zum Beispiel mit einem privaten Schlüssel des Autors oder des des Kunsthändlers oder sowas zu erstellen und einem Datum oder sonst irgendwas oder des Kunsthändlers und einem privaten Schlüssel der Person die mit signiert oder so und einen Beweis darüber liefert also so ein NFT kann ich ohne Blockchain erstellen ohne Blockchain und kann ihn dann ja trotzdem jederzeit jeder Person dieser Welt veröffentlichen und kann sagen hier das ist mein NFT und wo ich den liegen habe ist ja völlig egal also klar könnte Bitcoin das aber wo ist der Bedarf daran das ist ja nur ein Hype im Moment also klar der Hype wird auch in dieser Form also es wird weniger und NFTs werden irgendwie bleiben aber so langfristig machen die eigentlich wenig Sinn ich meine die werden ja eh zentral eingetragen und ja außer so ein Sammlereffekt und ja der wird ja dann erstmal erzeugt aber jemand ist ein Sammlermarkt auch so ein bisschen gesättigt klar da wird einem immer wieder ein bisschen was Neues einfallen aber ob dann diese ganzen NFTs die heute für Millionen über den Tisch gehen auch in vielen Jahren noch für Millionen über den Tisch gehen weiß ich nicht ja schaut euch so CryptoKitty und so an das war jahrelang auch einfach tot nachdem da vorher für Millionen die CryptoKitties gehandelt wurden also keine Ahnung im Endeffekt was bringt einem so ein Markt wenn das eh immer zentrale Stellen sind die diese Dinge erstellen und eintragen und sonst was schwierig ja schwierig hi KFH danke für deine Spende in DE bekommen Polizisten 10 Euro AMZ Gutscheine AMZ von der Gewerkschaft zu Weihnachten anstatt die lokalen Händler zu unterstützen fließt es ins Ausland ach Amazon Gutscheine in Deutschland bekommen Polizisten 10 Euro Amazon Gutscheine von der Gewerkschaft zu Weihnachten und statt die lokalen Händler zu unterstützen fließt es Geld dann in diesem Sinne an Amazon ins Ausland ja also theoretisch kannst ja bei Amazon deutsche Produkte kaufen also Amazon ist halt ein Marktplatz ja und ja im Endeffekt sind es dann ja auch Leute die hier leben und dort arbeiten die davon was haben und so klar ob die Arbeitsbedingungen toll sind alles ein anderes Blatt aber ja klar man hätte auch lokale Händler nehmen können aber ich glaube das macht das ganze sehr schwierig ja und dann gehst du zum lokalen Händler in der einen Stadt ist es ein keine Ahnung lokaler Bäcker in der anderen Stadt ist es ein lokaler Weinhändler oder sowas und für alle was passendes zu finden ist halt schwierig ist halt glaube ich nicht so einfach von daher Amazon ist halt sehr allgemein gehalten ne ich hätte Skylar gefunden hätte man denen gesagt installiert euch alle in der Bitcoin Wallet und wir schicken euch Bitcoin Wert von 10 Euro damit ihr euch schon mal mit diesem neuen Geld auseinandersetzt aber gut es sind Gutscheine für Amazon geworden zu Weihnachten aber ja vielleicht in ein paar Jahren ja wenn die Sparkasse diesen Schritt gegangen ist wer weiß nächstes Jahr gibt es dann vielleicht 10 Euro in Bitcoin auf dein Sparkassenkonto ähm Lashiman danke für deine 420 Spende hat gestern meine BTC Only Bitbox bestellt nice thanks ja gerne und schön dass dir ja dass du dich dazu entschieden hast ähm genau Matze Blitzmaschine danke für deine Unterstützung also wenn die das wenn die Sparkasse das echt bringt wäre das mega heftig ja finde ich auch sie würde sich äh aus den angestaubten 70ern direkt in die Zukunft katapultieren ja voll finde ich auch also das wäre mega mega krass ja ähm EMP versus Bitcoin oh nein wer hat das EMP Thema aufgemacht sagt mir sofort welcher YouTube Kanal hat das EMP Thema aufgemacht es ist immer so ja wenn wenn mehr als 2 Leute irgend so ein Chaos Thema für Bitcoin haben so Blackout EMP ähm was gab es denn noch immer ne Elektroschrott dann kommt das immer irgendwo her dann gibt es immer irgendeinen YouTube Kanal der diesen Blödsinn äh aus dem Boden gestampft hat und dann äh eine ganz abstrude Möglichkeit ausgerechnet hat wie so ein Verrückter mit so ganz vielen roten nein ihr wisst Bescheid und dann auf einmal haben alle Angst davor ja deswegen bin ich mal sehr gespannt wer das EMP Thema äh ausgegraben hat aber ne macht euch da keine Sorgen ja ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen ja bei Amazon gibt es viele deutsche Produkte die aber leider oft in China hergestellt werden genau da haben wir ja das Problem ja da haben wir das Problem genau Fu Koda danke für deine Spende ich glaube die SK betreibt äh BTC als Hochrisikoanlage die SK kann man ja auch äh ähm Shitcoins kaufen oder wer ist SK Sparkassen wie war's mit Sparkasse was ist EMP elektromagnetischer Impuls sind EMPs die ähm äh also ein EMP so ein elektromagnetischer Impuls kann halt Elektrogeräte außer Kraft setzen ja ja ich dachte gerade kurz EMP was ist das jetzt wieder für ein Shitcoin sehr gut ja genau so ein EMP ist ein elektromagnetischer Impuls ist auch nichts Neues ist sehr schwierig das über große größere Gebiete zu machen und allgemein nimmt da jedes Elektrogerät Schaden dran ja und ähm genau ist EMP nicht ein Metal Merchandise Matze Blitzmaschine sehr gut beziehungsweise ein Label ja beides glaube ich beides ja ich weiß auch so als kleiner Roman mit der mit dem EMP Magazin und dann immer ankreuzen was man gerne an T-Shirts hätte ja ja und dann später hinten den Bestellzettel ausfüllen den der Mama in die Hand drücken und die streicht erstmal alles weg was nicht geht das ist nicht drin das ist nicht drin ja Sparkasse ja die Sparkasse ähm betreibt Bitcoin als Hochrisikoanlage ja mit Sicherheit von Coda ja also bis die so in das Rabbit Hole fallen dass sie das als das konservativste Asset der Welt wahrnehmen wird es noch ein paar Jahre dauern aber immerhin werden die es erstmal in Gang bringen und ihr wisst doch wie das ist ja die meisten kommen doch hier auch hin zum spekulieren auf dieses Hochrisiko Magic Internet Money und bleiben weil sie auf einmal zu äh ja diesen Leuten werden die erkennen was dahinter steht und ich erhoffe mir so ein bisschen den gleichen Verlauf ja welchen Klingelton hat äh hat deine Note vielleicht Novogras ist Bullish äh ne Vitalik ist Clapping naja Spaß ja auch die Sonne kann das ja natürlich kann das auch die Sonne ähm allgemein auch so Sachen wie Sonnensturm und so sehen dann viele als Gefahr ähm seh ich nicht als Gefahr ja äh ein MP ist keine Atombombe aber eine Atombombe kann ein EMP auslösen ja genau Sonnen-EMP müsste kommen demnächst ja aber also ganz ehrlich ähm das wird nicht so groß dass ihr da Angst haben müsst dass Bitcoin-Nexec davon irgendwie Schaden nimmt ja also alles gut macht euch keine Sorgen macht euch keine Sorgen wirklich Sie okay Mitglied äh seit sieben Monaten vielen vielen Dank für die Emojipack-Mitgliedschaft Haare wachsen lassen bis 100.000 ein Mann ein Wort ja ein Mann ein Haar würde ich sagen ja ähm guckt euch das mal an also noch ein bisschen dann kann ich wieder Headbang ja noch ein bisschen länger dann kann ich wieder Headbang ja noch geht das nicht noch geht das nicht ähm Matthias Hurst vielen Dank für deine Spende 2121 wenn die Sparkassen Bitcoin anbieten dann ist Bitcoin wirklich im Mainstream angekommen das coole je mehr mitmachen umso weniger die Wahrscheinlichkeit dass politisch für BTC nachteilige Entscheidungen getroffen werden Applaus für Matthias Hurst das sehe ich ganz genau so ja also klar wird die Sparkasse nicht Bitcoin in diesem Maße bringen wahrscheinlich wir wissen es ja noch nicht aber so bringen wie wir uns das wünschen würden aber du hast vollkommen recht das ist Lobbyismus für Bitcoin die haben ein Produkt und die wollen das Produkt läuft das Produkt läuft wenn das Produkt gut ist wenn die Politik dafür sich öffnet es ist gut es ist am Ende es ist gut für Bitcoin ja es ist einfach gut für auch für die Leute was Vertrauen für das Netzwerk kommt also mega Matthias sehe ich genauso absolut ja jemand sagte gerade EMP gleich FAT ja ist ein FAT Thema ja EMP ist ein FAT Thema absolut ja wenn EMP von der Sonne die Erde erreicht haben wir ganz andere Probleme so sieht es aus Felix ja dann können wir erstmal gucken woher wir ähm woher wir unser Essen bekommen und so weiter weil wir werden für die Ballungsgebiete die wir Menschen geschaffen haben weltweit nicht mehr genügend Nahrungsmittel in den Regionen erzeugen und Auto fahren und das alles ist dann auch nicht mehr wenn EMP da war ist alles vorbei kein Tanken kein Auto kein Elektroauto kein gar nichts dann ist wirklich da haben wir andere Probleme als Bitcoin so viel kann ich nicht sagen ja Wurzelprumpf danke für deine Spende Sparkasse ist nicht verstaubt bin selber Kunde S-App ist echt cool und äh so so da stelle ich mir grad vor so Schulhof cool das ist da so die Kids mit der Sonnenbrille äh Kaugummi Blasen am machen und so und dann ähm der eine kommt da so vorbeigelaufen guckt so gerade ist eigentlich so TikTok vertieft guckt dann so rüber zu diesen coolen Kids die da sitzen und dann welche App benutzt ihr denn da und dann so die Sparkassen App ha und dann so mit Kaugummi Blase ne ich verstehe schon die Sparkasse ist echt cool äh wenn das mit BTC ausgerollt wird dann Boom danke Roman dass du übrigens der Erste bist der das bringt gerne lieber Wurzelprumpf ähm und äh danke für ähm ja den wahrscheinlich äh ja irgendwie lustigen Kommentar der wahrscheinlich äh nicht ganz so lustig gemeint war aber ich hoffe du weißt wie ich das meine ja ich fand's auf jeden Fall witzig und ähm ja ich glaube tatsächlich für viele Leute äh ist das ein absolutes äh ja ja Game also das könnte in Deutschland wirklich ein Game Changer sein ja aber wenn Leute das sehen dann sagen die boah in irgendeiner äh in irgendeiner Form kann das vielleicht dann doch nicht so schlecht sein mit Bitcoin ja Kryptewa danke für deine Spende Moin ich wollte nur Moin sagen ja Moin Kryptewa äh schön dass du Moin gesagt hast äh vielen vielen Dank für die Unterstützung und schön dass du mit am Start bist Grüße gehen übrigens auch an den Micky raus ähm vielen vielen Dank ja äh Dennis Keller danke für die 5 Schweizer Franken Saudi Arabien hat aktuell viel Vermögen und möchte dieses für lange Zeit beibehalten auch ohne Öl hoffe die finden bald den Weg zum Bitcoin ja also im Endeffekt ist das Versprechen was Bitcoin dir gibt das inflationsloseste Versprechen das es gibt auf der Menschheit ein Fragment von maximal 21 Millionen Stück das kannst du nicht mit irgendwelchen anderen Dingen schaffen ja ähm vor allem nicht wenn du es digital handeln möchtest ja Ray Scala Free Julian Assange absolut danke für die Unterstützung und äh hier nochmal den Aufruf an alle teilt das was ich vorhin gesagt habe in allen Medien und so weiter ja ähm wirklich ein unfassbar wichtiges Thema so Leute ihr müsst aufhören zu spenden äh das nehmt ihr schon wieder ähm komplett überhand Leute bitte hört auf zu spenden ich kriege das hier heute nicht mehr alles abgearbeitet ich meine das ganz ernst bitte jetzt äh aufhören zu spenden ähm dankeschön ach du scheiße ach du scheiße ja Sandy Lee danke Sandy Lee 183 danke für deine Spende Preise in Euro Dollar sind egal sehe ich genauso ein Bitcoin bleibt ein Bitcoin Wert eben genau darum geht es danke mal wieder für eure tolle Arbeit schönen Abend danke Sandy Lee dir auch einen schönen Abend vielen Dank für die Unterstützung und die guten Worte du hast absolut recht Josch S da ist er der gute Josch moin Grüße geh noch raus an deinem Brudi als ich gelesen habe dass die Sparkasse dass die Sparkasse Krypto zugänglich machen möchte dachte ich dass das doch was für Roman wäre und siehe da auf dich ist Verlass danke ja äh freut mich dass du direkt an mich gedacht hast und äh schön dass du mit am Start bist ähm Wetz ha Citrino danke für die Spende wenn es um Sets geht Sparkasse könnte neuer Slogan werden oder Sparkasse wenn ihr mir zuschaut ähm ich würde ich würde euren ich würde tatsächlich euren Jingle einsingen wenn ihr euch für eine Werbung Bitcoin Werbung entscheidet ich würde diesen Jingle singen ja wenn es um Sets geht Sparkasse ich würde es tun alleine weil ich es witzig fände ja alleine weil ich es witzig fände gut ähm sag nein Fabian ist nicht dabei sondern Macchio okay dann Entschuldigung ich grüße den Macchio ich dachte irgendwie du hättest dich verschrieben oder so äh dann grüße ich natürlich den Macchio liebe Sarah ja vielen vielen Dank für die Spende Timoke danke für neun Monate Emojipack Mitgliedschaft grüße an meinen Freund Seidi den neuen Bitcoiner Bitcoin hat eine neue vielleicht noch nicht Note aber vielleicht bald äh auf jeden Fall gibt es einen neuen Bitcoiner und ich grüße den Seidi äh von dem lieben Timoke 2 äh schön dass du mit am Start bist Patrick Zufall Free Assange absolut ähm absolut Jan STR 10 Monate Emojipack Mitgliedschaft danke für die Unterstützung lieber Jan grüße an Alice ich grüße Alice vom lieben Jan Winterlandschaft danke für deine Spende lang lebe die ähm Autistenpartei wer ist die Autistenpartei äh kenn ich nicht wirklich also äh okay äh Sascha Galu vielen Dank Galu Gaulit 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 ähm Sascha vielen Dank für deine Unterstützung Manuel Schwarzfischer danke für deine Spende wie kann man so ein Ehrenmann werden wie du ähm ganz ehrlich ähm ich glaube nicht dass ich ein Ehrenmann bin im Endeffekt äh versuche ich ja auch nur ähm zu verstehen wie diese Welt sich dreht und äh das Problem ist folgendes was richtig und was falsch ist also es gibt ja kein Playbook dafür ja es gibt auch Dinge die sind heute richtig und morgen falsch wer gut wer böse ist also ihr müsst das auch mal in so Gangster Filmen oder oder so so Star Wars oder keine Ahnung was so Filmen immer mal die Seiten umdrehen beide Seiten denken ja sie handeln aus guten Gründen irgendwie ja also ähm im Endeffekt versuche ich nur äh das nach meinem Verständnis Richtige zu tun so ungefähr ja ich glaube wenn man das tut dann ist alles gut ja äh Free Cypherpunk Assange Shirt hätte was ja tatsächlich das hätte was aber da müsste man auch mit dem Geld was da rumkommt äh irgendwie versuchen was zu machen ich wüsste nicht wo man also man kann natürlich Wikileaks mit Geld unterstützen aber ob das bei Julian Assange Fallhilft weiß ich nicht da kann ich besser die Reichweite auch glaube ich nutzen und die Leute mobilisieren äh klar wir können vielleicht auch mit dem Shirt ein bisschen Geld einsammeln aber da kommt ja auch nicht viel rum ein paar und 100 Euro da kann ich ja da kann ich ja privat eine Spende machen die höher ist wenn es sein muss ja also wenn man da wüsste dass man es aktiv irgendwie unterstützen kann kann man da nochmal einen separaten Aufruf zu machen auf jeden Fall ja Jonas Bärenhoden Jonas Bärenhoden Jonas Bärenhoden danke für deine Spende sehr vielen Dank für deine Spende für Haargummis ja wenn ich dann welche brauche habe ich schon mal äh 2 Euro für Haargummis ähm ja das ist ungewohnt mit Haaren also ganz ehrlich ich hab seit ich 18 bin meine Haare nicht mehr so lange gehabt äh steif dir danke für deine Spende ist Bitcoin nicht so technisch für den Mainstream 90% werden nie in der Lage sein ihre Bitcoin selbst sicher zu verwahren sie äh können also das Risiko an Dienstleister oder gleich zu CVDC abdriffen naja CVDC mal ganz abgesehen von der Verwahrung entwertet ja pausenlos das tut Bitcoin nicht und das ist etwas was die Leute auch ohne das technische Verständnis verstehen können schau mal das Internet war ja für viele auch viel zu kompliziert früher ja also das war ja boah hier einwählen und Modem und Einwahldaten und uff äh boah heftig heute hat jeder Internet zu Hause du kannst Netflix darüber schauen und musst dafür gar nichts programmieren also wirklich nichts Bitcoin kann genauso einfach werden und das trotz selber die Bitcoin zu verwalten es gibt ja Möglichkeiten äh auch heute schon deine persönlichen Daten in sowas wie einem Smartphone oder so relativ sicher zu speichern dank Secure Elementen ohne dass die Leute es heute wissen und biometrische Daten auf dem Telefon haben die aber selbst der Telefonhersteller oder auch andere nicht auslesen können weil das de facto Secure Elements sind in diesem Telefon das ist also eigentlich technisch gesehen schon sehr ähnlich wie eine Hardware Wallet jetzt würde ich natürlich nicht mit meinem Bankkonto ständig durch die Gegend rennen wollen auf dem Telefon aber über solche Lösungen könnte man das langfristig schaffen dass jeder auch dazu in der Lage wäre und ansonsten kann man natürlich auch sein Geld durch einen Dienstleister verwahren lassen ist ja auch nichts Schlimmes dran da wird ja eine Bank einfach wieder das was eine Bank früher mal war und dann ist ja auch okay aber CBDC hat mit Bitcoin ja nichts zu tun ja ähm CBDC hat ja also im Endeffekt ist es ja auch für uns hier draußen kein großer Unterschied zu dem digitalen Geld was wir heute benutzen ich meine wer macht denn heute noch eine Banküberweisung ja klar ne so für diese Standardsachen aber wenn ihr jetzt bei Amazon oder sowas einkauft kriegt ihr das doch gar nicht mehr mit ihr ihr sagt einfach nur ja hier bezahlen wir die Tode irgendeine von denen die funktionieren habt ihr irgendwas eingetragen äh gut PayPal geht glaube ich bei Amazon ja tatsächlich immer noch nicht ich bin gerade nicht ganz ganz sicher aber dann Kreditkarte Girokonto irgendwas hat man eingetragen sagt einfach ja mach fertig ja und welchen Dienstleister man das später einträgt macht ja für uns dann keinen Unterschied mehr also im Endeffekt CBDC ist eher wie das was wir heute haben äh für uns kaum Unterschied für die Zentralbanken großen Unterschied also eher für den ganzen Prozess im Hintergrund also wenn die Leute zu Bitcoin kommen dann eher weil sie ja genau davon weg wollen ja von daher denke ich das nicht ja denke ich nicht aber danke für die Unterstützung und dein Bedenken verstehe ich natürlich auch ich glaube aber nicht dass Bitcoin für die breite Masse zu technisch ist weil die Lösungen werden immer einfacher ja du wirst irgendwann nicht mehr merken mache ich gerade eine Onchain Transaktion mache ich eine Lightning Transaktion das wirst du alles nicht wissen du wirst nur wissen das was ich in Bitcoin besitze gehört mir als Mensch das kann mir keiner wegnehmen ich mache eine Transaktion in unter einer Sekunde und die kostet mich fast nichts das ist das was die Leute langfristig von Bitcoin verstehen werden ja genau ähm ich hab die Haare schön haha keine Ahm geht seit zwei Monaten äh schöner Name übrigens schöner Kanal Name ähm ich auch ähm ich auch danke für die Unterstützung danke Roman besser als Netflix und Amazon danke ja gerne doch wo wir gerade beim Thema Netflix sind ja da passt dir das natürlich sehr sehr gut hier rein ja ähm gut ähm ähm die äh alter Mann in Freiheit danke für die Emotivation Francesco Weber, 21,21, lieber Francesco, danke für diese Riesenspende. Mach weiter so, Roman. Ich kann dir nur eins sagen, ich bin selbstständig und betreibe fünf gastronomische Betriebe. Auch ich halte im Schnitt um die 50 Prozent meiner betrieblichen Gewinne in Bitcoin. Mega. Also, Francesco, natürlich immer vorsichtig sein, weil das ist halt kein Geld, was auf dem Konto liegt, was dir theoretisch keiner wegnehmen kann mit einer Branch Attack oder so. Also, jemand kommt mit einem Schraubenschlüssel, haut dir so lange auf den Kopf, bis du deine 24 Wörter rausgibst. Aber, also immer vorsichtig sein, aber mega gut. Ich, ja, finde das, ja, ist gut. Ich darf, ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil ich darf ja auch keine Finanzberatung machen und sowas. Will ich ja auch gar nicht. Von daher aber, ja, Respekt, kann ich gut nachvollziehen, sagen wir es so. Schlingel, und danke nochmal für die große Spende, ja. Schlingel31, danke auch für deine Spende. Was denkst du über Evergrande? Lässt der chinesische Staat Evergrande pleite gehen? Ich glaube nicht, dass sie eine andere Möglichkeit haben, ja. Evergrande ist nur deswegen da, weil sie, wie der Rest der Welt auch, auf einen Markt spekulieren. Also, das ist ja eine Spekulation, wenn du auf einen Markt spekulierst, der unendlich ausgeweitet werden kann. Das ist eine Spekulation. Nur, weil alle reinrennen, heißt das ja nicht, dass dieser Markt und diese Dinge, die du dort kaufst, wertvoller werden. Die werden ja nur deswegen wertvoller, weil alle darauf spekulieren. Versteht ihr? Die weiten ja eigentlich in der Menge aus. Also, eigentlich müssen sie immer weniger wertvoll sein. Auch verfallen ja Häuser und Immobilien mit der Zeit. Also, es macht keinen Sinn, dass das immer teurer wird. Das wird ja nur teurer, weil alle darauf spekulieren. Der Immobilienmarkt ist ein Schneeballsystem. Jeder Finanzmarkt ist heute ein Schneeballsystem. Das ist ja das Abstruse hier. Das ist ja genau das Problem, das wir nicht mehr sparen können. Also, wenn der chinesische Staat Evergrande rettet, dann heißt das nichts anderes, als dass der chinesische Staat früher oder später sein eigenes Geld über den Jordan schickt, um ein Schneeballsystem zu retten. Hm, das macht keinen Sinn. Ich glaube eher, dass der chinesische Staat massiv davon profitieren wird, wenn sie Evergrande vor die Wand fahren lassen und damit eine weltweite Wirtschaftskrise auf die Corona-Krise auslösen. Dann ist Holland in Not. Ja, dann wird es richtig rund gehen. Und dann, im Endeffekt, geht es der ganzen Welt so schlecht, dass China nur davon profitieren kann, auch wenn es ein eigenes Unternehmen über was da pleite geht. Also, ich glaube eher, dass die das langfristig eben nicht auffangen werden. Also, meine Einschätzung, ja, nur meine Einschätzung. Aber ja. Andreas Kindermann, danke für deine Spende. Hallo Roman, mich würde interessieren, ob du auch den Internetaktivisten Aaron Schwarz kennst. Über ihn gibt es eine sehr interessante und traurige, sehenswerte ZDF-Dokumentation. Aaron Schwarz habe ich schon mal gehört. Ich muss noch mal eben recherchieren. Oh ja, der, ähm, ja, ich habe das damals mitbekommen. Ähm, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt in meiner IT-Ausbildung damals. Aber das ist schon lange her. Ähm. Ich bin gerade am überlegen. Das hat aber nichts mit der 23, mit dem Film zu tun, ne? Das waren noch andere. Das war auch ein deutscher Hacker. Ich komme da gerade nicht drauf. Äh, aber er ist ja eher, äh, Programmierer und Aktivist gewesen. Ja, ich, äh, schaue mir das auf jeden Fall nochmal an. Danke für den Hinweis und fürs ins Gedächtnis rufen, lieber Andreas Kindermann. Und danke für deine Spende, ja. Saban Luffy, danke auch für deine Spende. Wie gefährlich sind Third-Party, äh, Libs für Bitcoin durch Bugs? Naja, also im Endeffekt, wenn da sowas passiert, dann ja immer nur die, die, äh, das benutzen. Also, klar, theoretisch kann so ein Bug einen Schaden verursachen, äh, für die Menschen. Aber jeder, der nur zusätzliche Software benutzt, mit der er mit Bitcoin arbeitet, ähm, läuft unter Umständen Gefahr, ja. Das ist ja das Gleiche wie bei Taproot. Ich meine, ist vielleicht ja auch so ein bisschen wie eine externe, äh, Bibliothek oder so zu sehen, weil ja im Endeffekt jetzt ein, ein Softwork passiert ist. Also, die Regeln wurden erweitert. Also, man hat neue hinzugefügt. Ähm, wenn da jetzt ein Fehler passiert bei Taproot, dann sind alle betroffen, die vielleicht Taproot benutzen. Oder die Transaktionen gemacht haben, die dann fehlerhaft waren. Und alle anderen eben nicht. Das heißt, nur ein Teil des Netzwerks würde tatsächlich auch Schaden nehmen. Ähm, äh, Karl Koch, Dankeschön. Ja, danke. Nee, Karl Koch war es natürlich nicht, aber den, also, ich meinte Karl Koch, aber der war natürlich nicht Aaron Schwarz, ja. Äh, danke nochmal, ja. Ähm, genau, also, im Endeffekt, ähm, im Endeffekt sehe ich die Gefahr immer nur für Teile. Ja, und dann gar nicht fürs Netzwerk, sondern für Leute, die das nutzen, ja. Aber selbst bei Taproot, denke ich, werden wir keinen Bug sehen. Und selbst wenn, werden wir den, denke ich, gelöst bekommen. Aber, ähm, ja. Im Endeffekt so, in diese Richtung, ja. Im Endeffekt so. Also, macht euch da, äh, bei sowas erstmal nicht zu viele Gedanken, ja. Das ist in etwa so, wie wenn halt ein Second Layer einen Fehler nimmt, im Endeffekt, ja. Markus Lange, 2000, äh, Kess nochmal, äh, Markus Lange, danke nochmal für die Spende, auch im letzten Stream. Und, äh, jetzt nochmal, ähm, 2000, Kess, vielen, vielen Dank. Ähm, hatte die Assange Ungerechtigkeit schon etwas vergessen? Gut, dass du es, äh, rausgeschrien hast. Free Assange, ja, absolut. Markus Lange, danke für die Unterstützung und danke, dass du, äh, da nochmal drauf hinweist. Ähm, äh, ja. Ja, ich finde auch, dass es, äh, wichtig ist, darüber aufzuklären, ja. Und, äh, ja, wie gesagt, ich werde nochmal ein separates Video dazu machen. Da werde ich dann nochmal ein bisschen mehr diesen ganzen Vorfall auch schildern. Aber, ja. Paco Movi, danke für deine Spende. Werden die Bitcoin nicht irgendwann bei den, äh, Milliardären und großen Corporations irgendwann zentralisiert? Sich Reichtum immer, auch bei Bitcoin, wenn BTC bei 500.000 ist, verkauft doch jeder, oder? Nee, glaube ich nicht. Also, ich würde es nicht tun. Aber, ähm, äh, wenn es nicht zentralisiert, dann nur so lange, wie sie nachkaufen können. Und stell dir jetzt einfach mal eine Welt vor, wo Bitcoin unser Geld wäre und wo keiner Geld drucken kann. Was nämlich heute passiert ist, ein Unternehmen ist nicht mehr profitabel. Dann kommt der Staat und rettet das Unternehmen mit Geld, was von den Zentralbanken aus dem Nichts erschaffen wird, damit das Unternehmen die Mitarbeiter weiter bezahlen kann und alles weiterläuft wie gehabt. Und dadurch entsteht dieser Cantillon-Effekt, dass die Reichen immer reich bleiben und immer reicher werden. Eigentlich halt gerade durch diesen, durch dieses Geld umverteilen und, oder Wert des Geldes umverteilen. Und im Endeffekt, wenn du zwar als Unternehmen nur noch eine Bitcoin-Welt hast, wo ein Staat genau diesen Mechanismus nicht mehr hat, bist du an eine Markteffizienz gebunden. Und hältst du die nicht ein, wirst du auch nicht mal reicher werden. Das heißt, der Reichtum, der zentralisiert sich heute genau wegen Fiat-Geld im Endeffekt. Und in einem freien, fairen Markt ist es, glaube ich, eher, dass sich das immer wandelt, ja, von Person zu Person. Und wenn du einfach mit deinem Geld was anstellst, dann gibst du es wieder aus und dann musst du damit profitabel bleiben. Und tust du es nicht, hast du Pech gehabt. Und gerade, wenn du einen Markt dominierst, ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass du wahrscheinlich nicht mehr genug Biss hast, um deine Produkte und das, was du baust, wirklich konkurrenzfähig weiterzuführen. Sieht man immer wieder. Wenn Unternehmen zu groß werden, verschlafen sie häufig die Konkurrenz oder die Innovation. Ja, das passiert immer wieder. Genau. Ja, Simon, ganz ehrlich, fürs Trollen, tut mir leid, auf Wiedersehen, ja. Äh, ich hab JDs Channel gesehen und der Typ, äh, wenn das der ist, ich guck nochmal ganz kurz nach. JDs Channel, dann hab ich, äh, da letztens was zuge... Nee, das ist der tatsächlich nicht gewesen, oder? JDs Channel, Sekunde. Nee, das ist ein anderer. Äh, okay, den, nee, der hat einen, er hat einen Abonnenten. Keine Ahnung, was du da meinst, aber ich hab halt letztens einen auch gesehen, der, äh, ja, egal, anderes Thema, ja. Ähm, müssen wir uns nicht drum schlagen, ja. Kritik ist ja immer okay. Aber, äh, Hetze braucht hier keiner. Ich hab die Haare schön, äh, danke nochmal für deine Spende. Bin dabei, Sparkasse, sehr, sehr gut. Klaas W., danke für deine Spende. Ich bin froh, dass es dich gibt. Menschlichkeit ist das, was zählt. Vielen Dank, Klaas W. Ähm, im Endeffekt, und das ist halt der Punkt, ähm, das ist ja diese Definition, die ich vorhin meinte, die muss jeder auch für sich ausmachen. Und, ähm, ja, ich bin froh, dass es euch alle gibt. Weil, wenn ihr alle nicht so ticken würdet, würdet ihr auch das hier nicht gut finden, was ich hier mache. Ja, ganz einfach. Dann würde ich hier alleine sitzen. Also, im Endeffekt, ähm, ja, finden hier ja einfach nur Leute zusammen, die vielleicht ähnlich denken, ja. Und von daher geht das Lob auch raus an euch alle. Der Bade, danke für deine Spende. Der Bade, danke für acht Monate Kanalmitgliedschaft. Hallo Roman, was hältst du von EMP, soll ich kaufen? Bitte jetzt aufhören zu spenden. Ähm, ich gucke jetzt gerade aber mal, ob es, äh, mit Sicherheit gibt es irgendeinen Shitcoin, der so heißt. EMP Empire Various, oh Gott. Nicht kaufen, der steht auf Platz 5500 und ist tot. Aber, ja, natürlich gibt es zu jedem Kürzel auch irgendeinen Coin, ja, natürlich. Ähm, äh, Leute, ihr müsst aufhören zu spenden. Ich meine das ernst. Ich kann das doch nicht mehr alles vorlesen. Ey, bitte. Bitte. Ähm, Lars, vielen, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Ich dachte, Banken wären böse, fragt Amine. Naja, ähm, Zentralbanken sind böse, weil sie den monetären Wert der Menschen umverteilen. Ja, da musst du schon unterscheiden. Eine Hausbank ist ein ganz normaler Dienstleister. Und ja, wenn die nach den Regeln unseres Geldes spielen müssen, dann ist das für alle nicht cool. Das ist so wie jemand, der Schulden macht, weil er eine Immobilie bauen will, weil er da nicht mehr darauf hinsparen kann, weil das Geld, was wir heute haben, das einem nicht mehr ermöglicht. Und dadurch, dass er Schulden macht, entwertet er natürlich das Geld, weil diese Schulden aus dem Nichts erzeugt werden. Und vernichtet damit den Wert eines jeden anderen Sparers, was de facto ein asoziales Verhalten ist, weil du bekommst jetzt die Kaufkraft, obwohl die eigentlich jemand anderes gerade versucht anzusparen. Und das vielleicht, obwohl du eigentlich gar nicht asozial bist. Das heißt, unser Geld zwingt uns zu asozialen Handlungen. Also wirklich nicht so asozial in dieser Form so, ey, du Assi, ja, so schimpfwortmäßig, sondern wirklich die Definition asozial. Also etwas, was halt gegen ein soziales Verhalten steht. Und das ist ja de facto so. Du sagst, ich will jetzt Haus, Haus kommt da hin und alle anderen, die sparen, können sich wieder schwieriger ein Haus kaufen. Das ist ja nicht sozial. Und wie gesagt, das machen die Leute ja nicht, weil sie wirklich als Menschen asozial sind, sondern weil unser Geld sie dazu zwingt, weil sie sonst gar keine Chance mehr hätten, ein Haus zu bauen. Und dementsprechend sind die Zentralbanken eigentlich die Bösen und vielleicht das Staatsapparat wie die Regierung und so. Aber die Banken an sich, die spielen doch nur dieses Spiel. Im Endeffekt ist eine Bank nur ein Dienstleister, der für dich auf Werte aufpasst. Gut, wir müssen zum Ende kommen. Ich mache jetzt hier schnell Durchlauf. Jan, nochmal danke für deine Spende. Mal eine andere Frage, wie geht es dir? Ja, es geht. Es geht tatsächlich. Aber ja, anderes Thema. Aber vielen Dank der Nachfrage auf jeden Fall. Ich bekomme jetzt ein neues Medikament und will das aber eigentlich, glaube ich, langfristig nicht nehmen. Ja, anderes Thema. Genau. Wurzelpump, danke für deine Spende nochmal. Hi Roman, verstehe Spaß. Top-Kommentar von dir. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal klarstellst. Sarah, bitte jetzt wirklich nicht mehr spenden. Ja, ganz genau. Hört auf zu spenden. Satoshi Sammler, danke für deine Spende. Chris Ritter, 21, 21, danke für deine Spende. Hi Roman, bring doch im Shop ein Free Assange T-Shirt raus. Also ich würde es kaufen. Gruß an alle. Ja, vielleicht alleine schon für die Message. Ich überlege was. Ja, ich überlege was mit unserem Designer. Vielleicht kriegen wir es relativ schnell auf die Beine gestellt. Oliver Sierp, danke für deine Spende. Hi Roman, danke für deine kontinuierliche Arbeit und deines ganzen Teams. Schlage dich und dein Team für den Universal Bitcoin Award vor. Dankeschön, lieber Oliver. Gibt es den? Wenn es den gibt, nice. Aber vielen, vielen Dank für die Spende, die lieben wurde. Patrick Wenninger, vielen, vielen Dank für deine Spende. Christian B., danke für deine Zeit. Roman ist dabei, ich bin dabei. Sparkasse ist dabei, nice. Sehr gut. Yachti, schön, dass du am Start bist. Grüße an Ghosti und alle Sparkassenvorstände. Liebe Grüße an die Sparkassenvorstände, an den Ghosti vom lieben Yachti. Bernhard K., danke für deine Spende. Ich höre da mal auf zu spenden. Ja, dankeschön. Matzer Blitzverschiene, danke für deine Spende. Das ist die offiziell letzte Spende für heute. Ach Leute, bitte. René K. Würges oder Rini K. Würges. Boah. Rini K. Würges. Du bist ja, wenn ich das Bild von letztem Mal sehe, hier mit Kotzi das, oder? Habe heute 4.000 Dollar mein Ethereum verkauft. Nun fühle ich mich nicht mehr so dreckig. Bitcoin Long makes high X strong. Bitcoin Long makes high X strong. Und ich fühle mich nicht mehr so, ey, sehr gut, ja. Äh, sehr toxisch, sehr toxisch, aber auch sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Roman, äh, X2 Speer, äh, X2 Speed. Ja, ich muss mich jetzt beeilen, genau. Jan, äh, Upgrade auf Ultra, nee. Ultra, nee, Quatsch. Update auf Mitgliedschaft. Sorry. Ich kann schon nicht mehr lesen, ja. Upgrade sah aus wie Ultra, ja, sorry. Jan, vielen, vielen Dank für deinen Upgrade. Ähm, Wui, nee, Wui, Ling, danke für deine Spende. Berthold, äh, Brecht, Bankraub, eine Initiative von, äh, Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Äh, ja, ähm, das hat er damals so gesagt, oder? Bankraub, eine Initiative von Dilettanten. Ähm, danke für deine Spende. Schlingel, 31, danke auch für deine große Spende, lieber Schlingel. Ähm, Steve Rahn, 1500 Emoji-Mitgliedschaft, Emoji-Pack, Mitgliedschaft, mein Gott. Dankeschön, lieber Steve Rahn. Hast du Haus des Geldes gesehen, wie findest? Ähm, erste Staffel bis Folge 4 oder so und, oder 5 und hat mich nicht gepackt tatsächlich. Äh, vielleicht hätte ich weitergucken sollen, aber mich hat's nicht gepackt. Ähm, manchmal, äh, muss ich auch ein bisschen abschalten. Manchmal gucke ich auch doofen Kram. Ich gucke aber allgemein nicht viel Fernsehen, also meistens halt zum Einschlafen dann. Und dann gucke ich halt was, was mich auch nicht so lange packt oder fesselt. Versteht ihr, wie ich meine? Ähm, damit man auch einschlafen kann. Ganz ohne Fernseheinschlafen finde ich auch wiederum schwierig. Ist ja an sich erstmal gesünder, man hat einen ruhigeren Schlaf, aber ich time immer den Sleep-Timer ganz gut. Und irgendwie brauche ich was im Hintergrund, äh, wobei ich eindudeln kann so ein bisschen, ja. Schlingel31, danke nochmal für deine Spende. Die zweite, inwiefern profitiert der chinesische Staat von einer Weltwirtschaftskrise? Könntest du, äh, dazu bitte noch ein Video machen? Ich denke, das könnte fatale Folgen für uns alle haben. Ja, Schlingel, aber dazu, also vielleicht, wenn das vor allem nochmal konkret wird, dann würde ich da tatsächlich nochmal was zu machen. Aber, aber, äh, schau mal hier, ich, ich hab dazu schon mal was gemacht. Ähm, und zwar, wow, das will ich nicht sehen. Das will ich nicht sehen. Ähm, Evergrande Collapse, dieses Thema hier, ähm, das kannst du dir mal anschauen. Da spreche ich nämlich über Wirtschaftskrise, ja. Und was für ein Anreiz China hätte, das zu machen. Ich verlinke es dir jetzt einmal in den Chat. Ähm, das heißt, wenn du das hier siehst, war das vor ein paar Sekunden, wo ich es verlinkt habe. Einfach nochmal reinschauen. Äh, da spreche ich eigentlich genau über dieses Thema, ja. Äh, äh, deine Meinung zu Stellar? Ähm, 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 ähm. Meinung zu Gardano? Ähm, 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 ähm. Der Bade, danke auch nochmal für deine Spende. So, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich schlaf gerne zu deinen Videos ein. Na toll. Äh, gut. Ähm, erst mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke für die Spenden. Ähm, denkt dran, Free Assange. Denkt dran, in die Sparkasse zu gehen. Und bitte, äh, aktiv auf diese Aktionen hinzuweisen, dass der Sparkassenverband das vorhat. Und dass ihr euch freuen würdet, wenn sie sich an diesem Pilotprojekt beteiligen würden. Ja, und, äh, kleiner Schill noch für alle. Ähm, die, äh, heute schon Bitcoin kaufen wollen mit einem Sparplan. Ähm, bei uns unterm Video gibt es immer, äh, Affiliate-Links. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit. Ihr braucht ihn natürlich nicht nutzen. Bei ein paar Links kriegt ihr auch Vorteile. Zum Beispiel hier bei Nuri bekommt ihr einen 50-Euro-Willkommens-Bonus nur noch für kurze Zeit, wenn ihr euch anmeldet und einen Trade macht. Ähm, ähm, oder zum Beispiel die Bitbox benutzen, um eure Coins sicher und einfach aufzubewahren. Coin-Tracking, um eure Steuern zu machen. 10% Rabatt. Äh, äh, oder wenn ihr eure Bitcoin-Technik, tatsächlich ausgeben wollt, dann könnt ihr das bei Shoppenbit im größten Bitcoin-Shop machen. Genau. Schreibt einfach mal in die Videobeschreibung und denkt dran, eure Sparkasse zu konsultieren und um dieses Projekt zu bitten. Und denkt dran, jetzt einen Tweet abzusetzen mit Free Assange. Gut, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Danke für die schöne Zeit, den schönen Stream mit euch allen. Danke für die Spenden, für die Unterstützung. Und haut noch ein Like aufs Video. Macht es gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Äh, ah, eine Sache noch. Teaser ich nur kurz an. Teile ich auf Insta oder so. Wir haben eine neue Katze. Die ist uns quasi zugelaufen. Wir haben sie ins Tierheim gebracht und haben sie dann hier aufgenommen. Jetzt haben wir drei. Die ist aber noch klein. Höchstens vier, fünf Monate. Eher jünger. Ist noch so mini. Und, äh, noch sehr ängstlich. Aber ja, wollte ich noch kurz erzählt haben. So, das war's jetzt. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, liebe Leute. Und auf Wiedersehen.